Hallo Stefan. Hallo Volker. Du hast dich mit Android Wear Smartwatches auseinandergesetzt. Das ist jetzt die zweite Generation von den Geräten. Wie sieht es denn da mit den Kinderkrankheiten aus? Sind die weg? Nein. Also eine ganz große Kinderkrankheit war ja am Anfang geringe Akkulaufzeit. Das hat Google mit Firmware-Updates größtenteils sogar ganz gut hinbekommen. Also Uhren, die beim ersten Test noch gerade mal einen Tag und ein bisschen durchgehalten haben, schaffen jetzt nach zwei, drei Updates mittlerweile sogar zwei Tage und mehr. Und bei Motorola war es so, wenn man beim Prozessor aufs falsche Pferd gesetzt hat damals, wie bei der ersten Moto 360, dann hat man ja jetzt eine Chance gehabt zu korrigieren. Das hat Motorola gemacht. Die neue Moto 360 hat wirklich alles, was wir in der ersten Version bekrittelt haben, wirklich jetzt abgelegt und ist ein echt gutes Stück Hardware geworden. Wenn du sagst, die Akkulaufzeiten sind jetzt nicht mehr so das Problem oder schon bei den Älteren wegen der besseren Firma nicht. Auch bei den neuen Geräten, die du jetzt getestet hast? Oder ist da noch mehr Gewinn an Akkulaufzeit? Die sind durchweg gut. Also wir waren oder ich war diesmal positiv überrascht. Also eigentlich haben bis auf eine Ausnahme alle Kandidaten jetzt echt zwei Tage durchgehalten. Das ist ganz schön. Man vergisst das abendliche Aufladen ja dann halt manchmal doch. Und wenn man die Uhr da morgens ummacht und sieht, die hat aber noch 74 Prozent, damit komme ich locker auch über diesen Tag noch. Das ist schon ein etwas beruhigendes Gefühl, weil das ist natürlich ein No-Go, wenn nachmittags um drei an der Uhr einfach ausgeht und man nicht mal mehr weiß, wie spät es ist. Ganz klein bisschen abgefallen ist die brandneue Smartwatch von Fossil, dem Uhrenhersteller. Die ist sowieso ein Novum, weil sie halt eben nicht aus irgendeiner IT-Bude kommt, sondern von einem klassischen Uhrenhersteller. Die setzen auf Intel-Technik. Das ist relativ neu und einmalig bislang. Und die ist von der Bedienung genauso flott wie alle anderen Uhren auch. Aber der Akku hält bei der definitiv nur einen sehr langen Tag oder wenn es gut läuft anderthalb Tage. Also da würde ich das abendliche Aufladen lieber nicht vergessen. Ist da jetzt damit zu rechnen, dass es dann durch Firmware-Updates auch besser wird, wie vielleicht bei den anderen? Ich würde es fast vermuten. Also das hat Google in der Vergangenheit jetzt drei, vier Mal wirklich gut hingekriegt, dass dadurch Firmware-Updates am Akku und respektive der Laufzeit noch ein bisschen was getweakt wurde. Und ich denke, dass die das hinkriegen, wenn die da ihre Treiber auf die Intel-Architektur ein bisschen besser abstimmen, dass man dann locker noch was rausholen kann. Von der Kapazität ist der Akku in der Fossil-Uhr auf jeden Fall groß genug. Du hast eben schon diese typische Handbewegung gemacht, eben als du auf deine Uhr geguckt hast, die man jetzt im Bild allerdings nicht sieht, hast du den Arm einmal so gedreht, damit man das Display sehen kann. Ist das immer noch so, dass man immer die Hand bewegen muss, damit man überhaupt die Uhrzeit ablesen kann, im Sinne, dass sonst das Display schwarz bleibt? Nicht zwingend. Also man kann in Android-Ware auch einstellen, dass das Display dauerhaft eingeschaltet bleibt. Davon haben wir ursprünglich halt gerade wegen der Akkulaufzeit eher abgeraten, weil das Display natürlich der Hauptstromverbraucher ist bei den Smartwatches. Sofern man jetzt ein Modell mit einem stromsparenden OLED hat und nicht gerade mit einem stromfressenden LCD wie die Fossil-Uhr oder die Moto 360, kann man es eigentlich mittlerweile immer Always-On heißt das Feature, also dauerhaft eingeschaltet lassen. Und dann muss man auch nicht mehr hier diese demonstrative Bewegung machen oder auf der Uhr rumtippen, damit sie sich einschaltet. Dann lässt sie sich eine ganze Ecke dezenter benutzen. Jetzt sind ja auf allen diesen Uhren, die du getestet hast, die gleichen Betriebssysteme, sprich immer Android-Ware in der irgendwie einen oder anderen Form. Ist es dann eigentlich nur noch vom Geschmack abhängig, welche Uhr ich mir kaufen soll oder gibt es da noch technische Unterschiede? Gibt ein paar technische Unterschiede. Google, das ist allerdings kleinen Kram. Also im Prinzip, ich fange mal so rum an, Google erlaubt eigentlich keine Änderungen am Android-Ware-Betriebssystem. Also es ist nicht so wie beim Android-System, was man vom Handy kennt, wo jeder Hersteller irgendwie die Oberfläche verändert, irgendwelchen Blutwerk-Kram da noch drauf installiert, den keiner haben will. Das ist bei Android-Ware nicht so. Das ist eigentlich von der Bedienung und vom Funktionsumfang im Prinzip immer identisch. So, dass man eigentlich sagen kann, ja, nimm die billigste oder die, die dir am besten gefällt. Ein Stückchen unterscheiden sie sich halt schon. Manche haben halt, wie ich vorhin schon gesagt hatte, jetzt entweder ein LCD oder ein OLED-Display. Manche sind rund, manche sind eckig. Einige haben einen Pulssensor, andere haben keinen. Da muss man halt schon nochmal so ein bisschen in der Tabelle dann sich anschauen, mit was für einer Hardware die ausgerüstet sind. Wenn ich jetzt eine zum Trainieren benutzen möchte, dann ist es natürlich blöd, wenn die keinen Puls messen kann. Und da sollte man schon drauf achten. Ein bisschen eine Sonderrolle haben die beiden Samsung-GS2-Uhren eingenommen, die ich noch im Test hatte. Dort lief das Samsung-eigene Tizen-Betriebssystem. Und das ist nun wirklich gänzlich anders als das Android-Ware-Betriebssystem von Google. Die haben viel richtig gemacht bei Samsung. Also es ist sehr schick, lässt sich toll bedienen. Ein paar Mal haben ich und auch Kollegen, die die Uhr ausprobiert haben, gesagt, ja Mensch, so muss eine Smartwatch eigentlich sein. Das ist auch von der Bedienung toll gelöst. Das Problem ist, Tizen hat sich halt jetzt noch nicht so durchgesetzt. Da sind wir auch wieder bei diesem Kinderkrankheiten-Thema. Für Android-Ware gibt es mittlerweile massenhaft Apps und digitale Zifferblätter. Und da ist Tizen im Moment noch hinten dran. Also da gibt es, außer mal irgendwie Newsreader und eine Kalender-App, haben wir da eigentlich nichts Spannendes gefunden an Apps für die Uhren. Du hast es eben auch schon erwähnt, runde und eckige Versionen gibt es natürlich. Viele haben ja gesagt, eine Uhr muss eigentlich rund sein. Eckige erinnert so an, weiß nicht, diese billigen Digitaluhren, die man früher hatte. Gibt es irgendwelche bedientechnischen Unterschiede, ob ich jetzt eine runde oder eine eckige Uhr nehme? Nein, eigentlich nicht. Also das Android-Ware-System kommt halt mit beiden Displayformen gut klar. Viele Leute sagen, ja, aber wenn ich jetzt Nachrichten lese, WhatsApp zum Beispiel, wenn ich einen Chat durchscrolle, das ist rechteckig natürlich praktischer als mit dem abgerundeten oder mit dem runden Durchmesser, weil dann ich den Platz in den Ecken besser ausnutzen kann. Auf einer runden Uhr muss man dann halt vielleicht einmal ein bisschen mehr scrollen oder der Text ist ein bisschen stärker gedrungen. Aber das ist eigentlich nichts, was einen im Alltag einschränkt. Und ich gehöre auch zu den Vertretern, die sagen, eine Uhr muss rund sein. Und ich trage selber eine runde Uhr und das stört eigentlich überhaupt nicht. Noch eine Sache zu iPhone und Android-Ware. Man kann zwar die Apple Watch nicht mit Android benutzen, aber umgekehrt geht das ja. Gibt es da Einschränkungen oder lässt sich das genauso bedienen wie zum Beispiel, wenn ich ein Android-Telefon in der Tasche habe? Es gibt Einschränkungen. Ich bin aber andererseits froh, dass es überhaupt geht. Also diese strikte Trennung, wie es vor einem Jahr noch gewesen ist, dass die Samsung-Uhren nur mit Samsung-Handys funktionieren und Android-Uhren nur mit Android-Telefon und Apple Watch nur mit einem iPhone. Das finde ich und auch viele Nutzer fanden das natürlich ein bisschen nervig, weil so eine Uhr kauft man halt auch nach Aussehen und Geschmack. Und nur weil ich jetzt ein iPhone habe, kann mir ja trotzdem vielleicht eine Android-Uhr besser gefallen. Insofern ist es schön, dass es überhaupt geht, aber es ist tatsächlich mit Einschränkungen verbunden. Auf dem Smartphone muss ja immer eine sogenannte Companion-App installiert sein, die halt die Daten zwischen Uhr und Smartphone austauscht. Und Apple erlaubt dann nicht so tiefe Eingriffe ins Betriebssystem. Also ich kann dann halt auf der Uhr beispielsweise sehen, dass ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. Ich kann dann aber mit einem iPhone nicht darauf antworten. Mit einem Android-Telefon könnte ich die Antwort sogar in die Uhr rein diktieren, ohne dass ich das Telefon überhaupt aus der Tasche ziehen muss. Und es funktioniert, aber hier und da ist es eigentlich schon so, dass man sagt, sie zeigt mir die Uhrzeit an und ein paar Benachrichtigungen und wirklich mit Apps interagieren oder gar eigene Apps nachinstallieren. Das geht halt alles nicht unterm iPhone. Gibt es irgendwelche Dinge, die du dir jetzt wünschen würdest für die nächste Generation, was dich jetzt bei den aktuellen Geräten noch nervt, mal abgesehen von der leidigen Problematik mit der Akkulaufzeit? Also das mit der Akkulaufzeit wird ja oft diskutiert. Also ein Tag ist wirklich ein bisschen wenig, aber jeder, der ein Smartphone benutzt, ist es eigentlich gewohnt, dass er das abends aufladen muss. Und viele Uhren lassen sich auch drahtlos laden. Also das ist, finde ich, jetzt nicht so eine Einschränkung, wenn nicht Handy und Uhr dann halt an irgendeine Stromquelle, an Schließer abends. Es gibt, das hat man den Uhren ja vorgeworfen, keine vermeintliche Killer-App, wo man jetzt sagen könnte, das muss man unbedingt haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, je mehr man sich im Alltag dran gewöhnt, desto mehr merkt man auch, wie praktisch die kleinen Helferlein-Apps auch sein können. Also ich trage jetzt seit anderthalb Jahren eine Smartwatch und musste neulich für einen Test eine ganz klassische analoge Uhr tragen und ich habe Phantom-Vibrieren am Handgelenk. Also es ist wirklich, mein Telefon vibriert kurz, weil ich irgendeine Nachricht habe und ich habe dann den Arm rumgedreht und habe auf die analoge Uhr gestartet und habe gedacht, naja, shit, die zeigt mir jetzt ja gar nicht an, was los ist. Und das ist tatsächlich wirklich im Alltag praktisch beim Einkaufen, die Einkaufsliste auf dem Handgelenk zu haben, beim Autofahren mit Google Maps, die Navigation, wenn ich dann halt einfach Richtungspfeile am Handgelenk habe, während ich die Hände am Lenkrad habe. Musikplayer steuern beim Fahrradfahren, das sind alles Sachen, wo man sagt, dafür würde ich sie mir jetzt im Einzelnen nicht kaufen, aber in der Summe sind das so viele praktische Dinge, dass man, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, da nicht mehr drauf verzichten will. Das heißt, während wir ganz am Anfang auch gesagt haben, hey, wartet mal ab, das ist teuer und wer weiß, in ein, zwei Jahren willst du das Ding gar nicht mehr benutzen, würdest du jetzt im Prinzip sagen, kann man, ich meine nicht gedankenlos, aber kann man problemlos kaufen und macht damit nichts großartig falsch? Im Prinzip schon, zumal die Preise mittlerweile auch, zumindest bei einigen Modellen gepurzelt sind. Ich würde wahrscheinlich nicht 500 Euro jetzt für irgendeine besonders schicke Uhr ausgeben. Dafür ist mir das, was sie bietet, dann doch ein bisschen zu wenig, aber Asus hat da jetzt zum Beispiel gut vorgelegt, die kleine Zenwatch, die wir da in dem Test mit drin haben, die gibt es für 150 Euro jetzt als Neugerät, wenn man da jetzt noch ein halbes Jahr wartet, ein bisschen Glück dann halt vielleicht für etwas mehr als 100. LG hat seine Vorgängermodelle auch mal für 90 Euro verramscht und da kann man zu dem Preis eigentlich kaum irgendwas falsch machen. Aber natürlich, das ist, die traurige Wahrheit ist, das ist halt ein Hightech-Wegwerfgerät wie Smartphones mittlerweile auch. Also es ist, würde nicht so sein, dass man sich so eine Uhr kauft und da zehn Jahre mit glücklich ist, das leider nicht. Ich finde das ein super Schlusswort. Danke. Gerne. Ich muss die jetzt auch wieder abnehmen. Danke. 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 Vielen Dank.